Wir verlassen Rikitea mit dem Ziel Hau. Wir haben vier Knoten Wind, das ist jetzt nicht gerade viel, aber die nächsten Tage soll es mehr werden. Tschüss Rikitea Mangarewa. 16 Uhr am 5. April 2023 verlassen wir dich. Mit dem Sonnenuntergang verlassen wir das Gambier-Atoll. Da vor uns liegt Tarawai, wo wir sehr viele schöne Tage verbracht haben. Und das ist Mangarewa mit den beiden Bergen, die ich bestiegen habe. Und so in einer halben Stunde sind wir gleich da an der Ausfahrt von dem Atoll. Wow, guckt euch das mal an. Wir haben hier in der Südsee einen richtig schönen Sonnenuntergang. Ohne Wolken davor. Boah, das muss ja ein geiler Trip werden. Da sieht man die Ausfahrtstonne hier vom Atoll oder die Einfahrtstonne. Ganz hinten ist nochmal eine. Und dann geht es auf den offenen Pazifik hinaus. In die Nacht hinein. Ja, ist das nicht ein tolles Omen für eine super Fahrt? Hinter uns geht der Mond auf. Über Mangarewa. Wir dümpeln so mit zwei Knoten dahinten. Aber herrlich. Und der begleitet uns auch noch die nächsten drei Nächte. Dahinter uns kommt die Anixi. Und die haben sogar schon ihren Paracela da oben. Da werden sie gleich hier sein. Und die haben sie geschickt. Die erste Nacht ist vorbei, da geht gleich die Sonne hoch. Wir haben nicht viel geschafft, immer so zwischen zweieinhalb und drei Knoten und die Segel haben ganz schön geschlagen. Und Gambier sehen wir auch immer noch. Wir haben den Gännerkasse gesetzt und schon hat das Schlagen ein Ende. Und wir machen einen Knoten mehr Fahrt. Die Annette hat ihre Wache übernommen und hat auch super geschlafen, oder? Ja, ich habe das Schepper nicht gehört. Ich war einfach müde. Sehr schön. Segeln vom Feinsten. Welle von hinten, zwölf Knoten Wind von hinten. Unser Autopilot verrichtet seine Arbeit. Kaum eine Wolke am Himmel, so macht das Segeln Spaß. Der Michael bekommt ein neues Armband. Das Alte, was ich vor vier Jahren zum Geburtstag geschenkt bekommen habe, hat nämlich ausgedient. Und schaut euch das an. Hat meine Frau das nicht super gemacht? Was für eine Farbe. Das ist gigantisch. Wir segeln in unsere zweite Nacht hinein. Ein herrlicher Segeltag. Jetzt gleich nehmen wir aber den Gännerkasse runter. Heute Nacht sind in Böen 17 Knoten Wind angesagt und dann können wir den nicht mehr richtig händeln. Und damit es nicht zu stressig wird heute Nacht, nehmen wir lieber vorher runter und fahren mit der Genua weiter. Und dem Stückchen Großwasser hier raus haben. Wir haben jetzt noch ca. 377 Meilen vor uns. Der zweite Morgen ist angebrochen. Ich bin gerade aufgewacht, nachdem ich Freiwache hatte von 6 bis 9. Der Wind hat aufgefrischt. Herrliches Segeln. Die Anixi ist ca. 3 Meilen vor uns. Aber nicht zu sehen. Wir laufen mit 4,5 Knoten Fahrt. Die Annette ließ schon etwas von unserem neuen Ziel. Wie hast du denn die Nacht verbracht, Annette? Wache gehen. Wache gehen. Und schlafen zum Teil. Dieser Abend haben wir auch noch Video geguckt. Stimmt, das haben wir auch. Trotzdem, ich gehe jetzt gleich schlafen, ich bin sehr müde. Oh nö. Ach ja. Jetzt fängt doch der Tag erst an. Ja, na klar. Und so ein 3 Stunden Rhythmus muss man sich erst dran gewöhnen. So einfach ist das nicht. Die Angel ist draußen. Jetzt hoffen wir mal, dass wir gleich einen Fisch fangen. Die Wellen sind auch etwas höher geworden. Aber auch ein bisschen konfus. Das wird sich aber hoffentlich auch noch im Laufe des Tages geben. Leider mussten wir den Motor anschmeißen, da unsere Batterien nicht vernünftig geladen werden. Immer so ab Mittag denkt unser Großsegel oder unser Spinnercar die Solarpanels ab. Da müssen wir leider ein bisschen Diesel verjocken und die Umwelt schädigen. Ich vermute aber auch, dass es an den Batterien liegt, dass die nicht mehr ganz so gut sind. Weil die doch sehr schnell abbauen. Jetzt haben wir zwei Stunden den Motor laufen lassen und dann ein bisschen wieder Ruhe am Schiff. Guten Morgen. Es ist ca. 7. Wir haben die dritte Nacht hinter uns. Der Wind hat aufgefrischt. Wir fahren 350 Grad. Hinter uns ist hier eine Psi, das ist, ob wir da gewöhnen können. Eien von Fabriko Meine gosp constructive Geschäft größte sehr komisch fürníkos Kuton undoute Oracle zu brechen. Servitformatbot Eine combinte Sprache Ottруll Im Nademi der Wind hat 哪her Recompриз cheap hos Vi hat den Michael hat seine Freisache und wie ihr seht, ist es hier manchmal doch ziemlich frisch, wenn der Wind von hier nicht noch kommt und man muss sich schon mal ein bisschen was anziehen. Es war eine ganz schöne ruppige Nacht und es ist noch weiter so, wie ihr sehen könnt, wenn wir richtig fiese Wellen steil und hoch, Gott sei Dank, dass wir vor dem Wind und vor den Wellen fahren. Musik 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 Es ist Ostersonntag, wir wünschen allen Frohe Ostern. Leider hat uns der Osterhase vergessen oder nicht gefunden, wirklich schade. Ich glaube nämlich, der ist wasserscheu. Und deswegen, weil wir hier mitten auf dem Ozean sind, hat er uns nicht gefunden. Aber es gibt zumindest ein Osterei. Wir befinden uns sechs Meilen südlich aus der Ecke von Hau. Das ist unser erstes Atoll, in das wir einlaufen wollen. Der Pass, wo man durch kann, ist da oben. Leider ist es jetzt gleich 18 Uhr. Das heißt, wir können bei Helligkeit doch nicht mehr da durchfahren. Und man muss genau darauf achten, wann man dort durchfährt. Weil es dort eine Strömung von bis zu sechs Knoten gibt. Dadurch entstehen stehende Wellen und das wird die Limelight dann nicht schaffen. Deswegen müssen wir warten, bis die Strömung gleich Null ist. Dafür nutzen wir hier eine Excel-Tabelle. Da hat jemand das alles schön ausgerechnet. Und für uns heißt das, morgen früh um neun müssen wir dort am Pass stehen. Und dann sollten wir ja gut durchkommen. Guten Morgen! 10. April 2023, Ostermontag. Viertel nach fünf morgens. Wir fahren an Hau vorbei. Um eine ganz geruhsame Nacht gehabt. Kaum Wellen. Wir laufen uns ganz langsam dran. Das Segel ist nur noch ein Taschentuch. Um neun Uhr können wir durch den Pass fahren. Und wir haben jetzt noch sieben Meilen. Also haben wir ganz viel Zeit, um da noch hinzukommen. Da sehen wir Hau. Noch ungefähr fünf Meilen bis zum Passeingang. Die ganze Nacht fahren wir schon an Hau entlang. Oder besser gesagt treiben. Aber immerhin mit zwei bis drei Knoten. Es war Gott sei Dank schönes Wetter heute Nacht. Und jetzt sind wir gespannt, wie denn die Einfahrt wird. Ja, so ne Scheiße. Vor ner halben Stunde ist der Autopilot ausgefallen. Steuert nicht mehr. Kennt die Recht Vorausrichtung nicht. Und jetzt gerade eben ist der Öldruck abgefallen vom Motor. Und das zwei Meilen vor der Einfahrt. Und wie ich jetzt festgestellt habe, war schon fast das ganze Öl raus. Es tropft aus dem Ölfilter. Oh Mist. Und wir müssen bestimmt noch zwei Stunden Motor an. Okay, wir schauen uns das an, ob wir da reinkommen. Drückt uns die Daumen. Das ist die Einfahrt von Hau. Wir haben ziemlich starke Gegenströmung. Wir fahren nur noch zwei Knoten. Und Michael wird uns sicher ans Ziel bringen. Das schafft man. Momentan drei Knoten Gegenströmung. Wir hatten eigentlich mit mitlaufendem Wasser gerechnet. Motor läuft momentan noch gut. Öldruck ist okay. Und da vorne ist das Wasser ziemlich zürzelig, wo wir durchgekommen sind. Aber wir hatten sonst was getrieben. Kleine stehende Welle. Sieht mal, da ist die Annette auch froh, dass wir jetzt hier drinnen sind und der Motor immer noch läuft. Und wir hoffen, dass er die letzten Meter auch durchhält. Ungefähr zweieinhalb Meilen haben wir noch. Wir haben es geschafft. Nach 494 Seemeilen, vier Tagen und 17 Stunden sind wir auf Hau, auf den Tuamotus. Prost ihr Lieben. Wir haben es geschafft. Prost. Ja und die Maschine hat durchgehalten bis zum Schluss. Jetzt muss ich gucken, dass ich hier einen Ölfilter wechseln kann. Wir brauchen neues Öl, weil wir so viel neues Öl reingeschüttet haben. Und mit dem Autopiloten müssen wir uns auch beschäftigen. Aber wir hatten das Problem schon mal. Ja. Vielleicht fällt uns ja die Lösung noch mal ein. Also die Rechtvorausrichtung des Schiffes ist genau 90 Grad verdreht zu unserer tatsächlichen Richtung. Also wenn jemand weiß, es ist ein Rehmarien-Gerät, dann kann er es in den Kommentaren schreiben. Das ist schön. Bis dahin wollen wir das aber gelöst haben, weil die Filme hängen etwas hinterher. Ah ja. Okay. Die Annette natürlich auch recht. Aber wir freuen uns trotzdem über den Kommentar. Prost. Prost. Manuja. Ja. 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 Ja.